hello meine lieben ich grüße euch ganz ganz herzlich zu drei tage drei nächte schön dass wir uns hier wieder treffen in unserer tollen community ja was soll ich sagen große ereignisse werden ihre schatten voraus heute sind nämlich zwei dinge gleichzeitig geschehen und zwar saß ich bei meinem ersten käffchen das ist jetzt schon mein zweites ne also ich saß bei meinem ersten hochheiligen käffchen als mir ein kleiner vogel vor das fenster flog und da bin ich natürlich gleich raus geeilt habe den kleinen schatz aufgesammelt und habe in meine hände genommen und habe ihn mit rein genommen und dann ist er ganz ruhig geworden und dann habe ich heilenergie fließen lassen und auf einmal klingelt so und da hatte ich den kleinen schatz in der hand und dann wurde vor der tür ein paket abgelegt und es waren blumen groß und passt auf also gleichzeitig mit dem kleinen vogel der vor das fenster flog kamen hier die röslein oben sieht sie gar nicht ganz so sieht man sie besser da kamen die röslein mit erde unten dran von der community ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken vielen dank für die blumen so und vogel und blumen zusammen da steht ja möglicherweise eine freudige überraschung ins haus vielleicht erhältst du eine botschaft vielleicht eine einladung ein treffen und das alles vor drei tage drei nächte ja ging es mit dem kleinen schatz weiter ich habe dann das vögelchen in ein ebenso kleines kistchen gesetzt und das ist jetzt auch so mein tipp wenn dir das auch mal passiert dass ein vogel vor das fenster fliegt die erholen sich am allerbesten in einer kleinen dunklen kiste die haben ja erst mal einen schock und die denken ja es geht weiter hinter dem fenster und wenn du aus dem nichts vor die wand läuft das ist schon übel und der hat es zum glück geschafft also er ist auch nicht schlimm dagegen geflogen ich glaube im letzten moment wollte er noch abdrehen und dann hat es einen kleinen rums gegeben und wenn du wenn du dir dann in ein kleines kistchen setzt und das kistchen mal eine halbe stunde ins regal stellst ich habe dann dieser zeit meditiert und mit dem kleinen wesen in der meditation begegnet und habe schon gemerkt dass alles das hat die kurve gekriegt das wird alles wieder gut dann kann sich das erholen und kommt am besten in der dunkelheit kommen kommen die zur ruhe die kleinen vögelchen seht ihr jetzt hier der licht und schatten im video ist ja spannend ja und als ich fertig meditiert hatte auch mit der rose im übrigen dann habe ich das kistchen geholt und draußen im garten war schon emsiger betrieb da waren die ganzen kleinen freunde schon versammelt und da habe ich gesagt hier guck mal du wirst schon erwartet und habe das kistchen aufgemacht und dann ist er abgedüst also die geschichte ging für alle gut aus und ich wollte mal diese ja diese synchronisität von blumen und vogel vom fenster kommt ein vogel geflogen vielen dank für die blume als es passierte zeitgleich das wollte ich mal mit euch teilen und wer den kleinen freund sehen will ich habe auf facebook bild von dem reingestellt ganz ganz herzlich ja ein herzliches kleines kärlchen ja und jetzt wollen wir in die karten starten ich möchte ganz herzlich danke sagen für all euer geben für eure lieben gaben überraschungen die liebe post die lieben wertschätzungen auf mein wertschätzungs konto die käffchen die ihr mir ausgebt die lieben wurde die vielen likes und ja herzlich willkommen alle neuen abonnenten die sich hier bei uns zu hause fühlen jetzt geht los tassen und deck und überhaupt alle kartendecks mit denen ich lege findet ihr in der infobox verlinkt da ist auch der shop wo es die tassen gibt da findet ihr errad aliquando und auch antworten auf fragen die sich vielleicht stellen wenn du neu bist ne und jetzt geht es jetzt geht es aber wirklich los zu allererst wird heute mal gekippert mit den kippert karten von chiro machetti von königsfurt orania schauen wir mal rein und gehen erst mal so in die weltliche energie das zeigt sich als allererstes auf der erden ebene in unserem level im level hätten wir gerne fünf oh die männliche hauptperson ist gefallen und auch das reiche mädchen und hier hat sich noch eine gelubing ja es ist die armut wer ist hier arm wie eine kirchenmaus wir werden es gleich erleben wenn männliche energien sich zeigen dann fallen die auf jemanden der in deinem leben unter umständen wichtig ist oder dir etwas zu sagen hat das ist also dein gegenüber oder ein gegenüber der sich dann noch auskristallisiert weibliche energien bezeichnen dich selbst und in den kippert karten gibt es unglaublich viele personen karten die ich auch gerne als eigenschaft von dem zuschauer oder der gegenüber energie deute nur dass ihr das so wisst ansonsten ja das geschlecht ist neutral zuschauer ist die dame gegenüber ist der her dreht euch bitte die geschlechter so wie es pestlich ist so es geht auch schon direkt los mit ihm und er schaut hier auf die trüben gedanken also der männlichen hauptperson die kremt etwas und dann liegt auch noch gleich die armut im herzen der reihe und die trüben gedanken spiegeln in die reise und er spiegelt in dich in das reiche mädchen so da fangen wir doch mal vorne und hinten an position 1 und position 5 zeigt im endeffekt deinen stellenwert und wie er dich sieht also du bereicherst ihn er empfindet dich als das reiche mädchen vielleicht bewundert er dich auch er begehrt dich möglicherweise weil das reiche mädchen nimmt auch oftmals die rolle der begehrten ein vielleicht auch die rolle der geliebten wenn man das so nennen kann und es kann hier auch zeigen also im moment hier kratzt schon wieder an der tür zeichen der jogginghose schlappig ich lasse die tür ein kleines stückchen offen ich habe ja die tür nur zu falls hundegebell kommt dass es uns hier nicht vom stühlchen haut aber gut die katzis die wollen halt rein und raus wie das so ist sind sie drin wollen sie raus sind sie draußen wollen sie rein also die hauptperson die in das reiche mädchen spiegelt das zeigt deinen stellenwert den du bei ihm hast so wie er dich sieht und das was du mit ihm machst also auch das interesse an dir ist hier gezeigt er ist deutliches interesse an deiner person und auch du spiegelst ja wiederum in ihnen also auch dieser mensch interessiert dich sehr wohl jetzt liegt da im herzen der reihe die armut also hier fehlt was die armut ist ja das gegenteil vom reichtum es gibt ja immer zwei seiten der medaille es gibt immer das eine und das andere es gibt das schwarz und das weiß und es gibt den mangel und die fülle es gibt die armut und den reichtum es gibt liebe und hass es gibt immer beides und diese beiden energien brauchen sich auch grundsätzlich weil die sich einfach miteinander reiben die stellen jetzt einfach einen gegenpol da und die kunst ist eigentlich im flow zu sein die kräfte zu verbinden sie zu vereinen und im gleichgewicht zu halten armut ist etwas was wir auf irgendeiner ebene alle schon erfahren haben ja die einen erfahren armut auf der materie ebene die anderen erfahren armut auf der gefühlsebene also auch die armut kann sich ja auf sämtliche lebenserfahrungen legen die wir auf unserer reise so machen wir sind nicht immer nur im reichtum wer glaubt dass er immer nur im reichtum ist reich an materie reich an gefühl reich an zufriedenheit ja der irrt weil wir beide erfahrungen brauchen oder wir wollen alles erfahren eine seele will immer wissen wie sich alles anfühlt so und hier liegt die energie der armut im herzen der reihe hier fehlt etwas fehlst du ihm du fehlst ihm du fehlst ihm vielleicht fehlt er dir auch fehlt ihr euch ihr fehlt einander einigen wir uns doch auf ihr fehlt einander ihr seid ja hier der gegenpol die hauptperson und das reiche mädchen die schöne und das biest also auch da seht ihr immer wieder die gegenpole und ihr fehlt einander ihr macht gerade beide eine erfahrung der armut und das finde ich eine sehr bereichernde erkenntnis und schon sind wir wieder im reichtum merkt ihr wie die energien miteinander spielen ich bin ja jemand seit vielen jahrzehnten studiere und wenn man einmal verstanden hat wie energie fließt lebt sich bedeutend leichter alles wird irgendwie leichter wenn du die energie verstehst wenn du verstehst was energie macht wie sie fließt wie sie sich verändern kann wie sie sich wieder und wieder verändert und wie sie miteinander spielt wie die verschiedenen energien im wechselspiel sind und dann ja dann kann man hier ganz deutlich sagen die zwei die bedeuten sich was und die machen gerade die erfahrung der armut die sind gerade nicht im reichtum aber die fehlen sich ja die zieht es ja zueinander hin sie spiegeln ineinander rein im herzen der reihe die armut so und dann kommt hier so eindeutig eine melancholische energie die trüben gedanken die liegen bei ihm ja und die sind aber ein prozess zwischen euch beiden es kann auch sein dass du seine trüben gedanken spürst und durch die reise die ja eben auch für mich immer eine seelenreise bezeichnen kann ne der zug des lebens ja die die reise liegt mehr so bei dir es kann sein dass ihr gemeinsam in seinem prozess in seinem prozess seid jetzt habe ich es gesagt ich bin ja auf autopilot und schon haben wir das gebellt ich mache doch wieder die tür zu so es kann sein dass ihr gemeinsam in seinem prozess seid also dass du auch seinen prozess spürst oder ich setze noch einen drauf dass du sein prozess bist natürlich ist hier dass also das gleichgewicht des gegenübers ne also ihr liegt euch gegenüber da baut sich ein feld auf in der spitze liegt die armut ne wenn wir drei haben pass auf also dass ich sehe deutlich hier stechen drei karten raus er die armut du das heißt wir haben ein dreieck wenn du drei punkte hast und die verbindest du miteinander ergibt sich ein raum da ergibt sich eine fläche wenn du zum beispiel zwei punkte hast und die verbindest du miteinander ergibt sich eine linie sobald eine dritte energie dazu kommt ergibt sich ein raum eine fläche eine vielleicht eine edo energie wo eine erfahrung gemacht wird und ihr beiden ihr macht gerade die erfahrung der armut vielleicht auch die gefahr erfahrung des getrennt seins wie fühlt sich ohne den anderen an und moment so rum hat es gehört die trüben gedanken liegen bei ihm was auch dafür spricht er macht sich viele gedanken vielleicht auch über das leben selbst er ist hier auch auf seiner seelenreise oder im prozess es kann hier aber auch um eine weltliche reise gehen die ihn irgendwie sorgt und du schaust hier vielleicht auch auf eine weltliche reise die reise kann auch bezeichnen dass ihr euch beide zueinander hin zieht also dass sich die energien die ja hier ohnehin schon in der spiegelung sind sich aufeinander zu bewegen ja es kann die seelenreise sein es kann die weltliche reise sein aber hier liegt eine melancholie drauf also das wort melancholie ist gerade ganz präsent bei mir und ihr seid hier verbunden und macht gemeinsam die erfahrung der armut dem gegenteil von reichtum des entbehrens ja ihr entbehrt euch vielleicht auch nur euer entbehren zeigt sich hier das ist spannend und da legen wir jetzt errat aliquando drüber oder kommt heute im zeichen der rose und des vögelhins vom fenster ganz viel durch wichtige botschaft wichtige wichtige botschaft so errat aliquando das deck ist von mir um das noch mal dazu zu erwähnen und jetzt brauchen wir fünf karten drei drei ist wieder er gefallen 45 sechs karten haben eine bleibt übrig dass ein bär rausgefallen dass ich heute schon gesprungen also echt so sortiert euch so fühlt sich richtig an über ihm liegt der bär ja was vermisst er denn ihm fehlt hier nämlich deutlich die süße des lebens das ist klar wenn die armut im herzen der reihe liegt da fehlt die süße des lebens da fehlt vielleicht auch der sinn des lebens da fehlt die energie wofür sich zu leben lohnt also er ist hier in der mangel energie ganz stark im zeichen der armut empfiehlt hier die süße des lebens empfiehlt hier die warme sonne auf dem pelz das ist aber auch das was er anstrebt am honig naschen ja das schöne und ja natürlich also er spiegelt ja an dich rüber du bist ja hier unter umständen sein honig pot und liegst aber da ganz auf der anderen seite ihr seid verbunden und doch getrennt und ach wie süß wäre es doch an dir zu naschen ja deine nektar zu genießen das kommt mir gerade so rein über den trüben gedanken ja das sind seine definitiv da liegt er selbst drüber zeigt eben auch er fällt hier auf sich selbst zurück und dann schaut er ja hier direkt auf den bären seine seele sehnt sich ja hier auch nach der süße des lebens also irgendwie dümbelder grad so vor sich hin und ist absolut im entbehren hängt in den trüben gedanken strebt aber nach nektar nach der süße und über der armut guckt euch das an da liegt tischlein deck dich und das bedeutet dass die energie der armut hier durch die fülle abgelöst wird und ich erzähle euch eben noch von beiden polen armut und in dem fall reichtum weil tischlein deck dich ist die absolute ernte und reichtumskarte in errat allequando ihr beide habt hier vielleicht auch schon beides miteinander erfahren ihr habt schon den reichtum und die fülle erfahren die süße des lebens und im moment ist es die armut also ihr habt euch hier was zu geben und ihr zwei seid wichtig füreinander ihr bedient euch gegenseitig um sämtliche erfahrungen zu machen die das leben und die lieben vielleicht auch für die die auf die liebe schauen euch zu schenken hat hat und wir sehen aber auch hier die zeit der armut mit tischlein deck dich die wird wieder vorüber gehen dann liegt hier die maus auf der reise das bedeutet auch dass die lösung im prozess liegt oder ein prozess erlöst sich oder wenn die reise wirklich bezeichnet dass ihr beide euch sicher aufeinander zu bewegt dann bringt dieses sich aufeinander zu bewegen auch vielleicht diese begegnung dieses auch aufeinander zu gehen ja bringt hier die lösung weil die maus findet wege die findet immer einen weg und die ist auch füffig um sich wirklich einen füffigen weg also füffige wege bedeutet ja die maus ist auch bereit so ein bisschen zu tricksen tricksen muss nichts negatives sein wenn 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 eine trickserei der guten sache dient ne und dieser trick könnte ja auch von dir kommen dieses tricksen wie du ihn auf den honigbrot aufmerksam machst weil den honig findet er ja eindeutig bei dir da ist ja die spiegelung wieder ne also vielleicht bist du hier auch ganz einfach clever in deinen aktionen und da liegt auch so ein bisschen ein 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 locken drauf na auch wenn ihr noch keine melke gefallen ist aber hier liegt auch so ein bisschen drauf also du bist halt hier ein helles köpfchen vielleicht fühlst du ihn auch sehr deutlich und baust ihm brücken baust ihm hier so kleine brücken zu dir dass er sich nicht so schwer macht sich auf der auf deine energie einzulassen du trägst dazu bei mit der maus dass hier die fülle zurückkehrt du gibst ihm so kleine zeichen kleine impulse greift so ein bisschen ins in die trickkiste ich selber hier gerade so ein handtaschen und zwar so eins was man oben so aufklickt das ist unten wie so ein beutelchen und dann hat das oben so zwei goldene böppelchen und die klickt man auf und da ist dann der trick drin also es ist einfach so ein kleiner so ein klein eine kleine prise salz in der suppe die ihm halt so ein bisschen antriggert also trick triggert mit dem trick das ist ja spannend und das kommt so eindeutig von dir und über dir liegt wolken kurrux heim so also zum einen spiegelungen rüber also das ist ja sowas von deutlich also ihr denkt hier aneinander also ihr seid hier füreinander alle beide äußerst süß und verlockend und es zeigt auch dass ihr über die gedankenebene verbunden seid mit wolken kurrux heim und ihr träumt hier voneinander von der süße des lebens von dem süßen nektar und du bist für ihn halt auch ein traum du bist für ihn ein träumchen du bist für ihn das herzchen wölkchen was am blauen himmel vorbei wölkt wölkt du bist für ihn ja du bist für ihn der keks neben dem cappuccino den er sich ja nachmittags in einem stadtcafé bestellt hat du bist für ihn dieser kleine keks den er immer mitgeliefert wird das sind so diese träumereien diese dieser diese süße ja und ich habe das deutliche gefühl dass du ihm hier über die maus du schiebst ihn in seinem prozess an greifst so ein bisschen in die trickkiste oder in dieses kleine knuffelige täschchen wo der trick drin ist du trägst ihn so ein bisschen an und schiebst auch so diese fülle ein bisschen an die dann die armut überlagert also das ist ja spannend aber ihr zwei hier was soll ich sagen ihr denkt doch aneinander das ist ja so krass und dann bleibt übrig das schnee glöckchen und das ist der eis breaker also hier wird das eis brechen hier stehen durchbruch an und da sind wir wieder bei diesen sanften kräften weil das schnee glöckchen das ist ja eine ganz sanfte energie das ist ja rein mit seiner weißen blüte das ist zart und es hat die kraft den winter zu beenden das ist der erste frühlingsbode und hier wird ein winter beendet hier wird ein winter beendet der winter wo er die süße des lebens schaut hier der bärs auch die winterkarte zurückgehalten hat wo er in der höhle war und geschlafen hat aber jetzt ist der bär erwacht und wenn so ein bärchen wach wird die haben ja dann so ein fraß also das heißt doch so oder einen bärenhunger das ist ja auch so eine redewendung also er hat einen bärenhunger auf dich doch bärchen ach ja ja dann schauen wir mal mit dem crystal visions tarot von jennifer galasso was ich dazu gesellt oder es auf rudelisch zu sagen wir fragen die grüßchen so glaube ich us games systems genau das ganze hier noch ein bisschen also ich bin ja hier noch ganz beseelt ich habe eben so schön meditiert ich bin energiegeladen ich bin so aufgeladen wie ein duracell hasen ich habe heute auch echt viel zu tun was macht sie denn da hinten haben immer neue ideen ist so süß echt das wort süß ist heute auch sehr dominant hier bei uns die königin der kelle ist gefallen ja 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 und hier sind noch mehr wochen brauche ich erst mal ein schluck kaffee kleinen kartenregen gegeben oh der könig der stäbe ist auch gefallen die königin der kelle und der könig der stäbe sind alle beide im rennen so wie jetzt hier war es es geht nämlich los mit dir der königin der kelle die fällt auf den zuschauer und du kommst hier in die erlösung in eine absolute schwingungserhöhung oder es bezeichnet ganz einfach wie lichtvoll und hoch du bereits schwingst dann haben wir ihn hier zwischen euch ist schwingung also das ist ja geil zwischen euch wirkt hier die energie des aufstiegs und jetzt kommt eine ganze palette an energie die er im rücken liegen hat die er mitbringt und wo du gleich rein spiegelst pass auf hinter ihm in seinem rücken liegt der turm das heißt er bricht hier auf also hier knallt aber ich sehe das so im positiven sinne als ob hier etwas aufbricht was lange zurückgehalten wurde wie wenn er versucht hat lange lange die luft anzuhalten also und dann anhalten luft anhalten und irgendwann hält er es nicht mehr aus und muss weiter atmen und das ist dann der turm und da schnappt er nach luft und fängt wieder an zu atmen also das ist eine richtige spannung die hier auf der auf der legung liegt dann haben wir die sieben der münzen der war wahrscheinlich länger in diesem turm hat sich da viel zeit gelassen die sieben der münzen schläft auch vor allen dingen in diesem deck da seht ihr hier die holde maid unter dem baum liegen und während sie schlief fallen ihr die reifen äpfel in den schoß also er hat hier auch diese enge gebraucht um in die reife zu gehen die sieben der münzen ist die karte der geduld die hat zeit und die gibt eben den dingen auch zeit er hat sich hier vielleicht auch einfach selbst zeit gegeben und hat sich für sein turm dasein halt einfach auch entschieden turmenergie rückzugsenergie im tarot knallt mit dem turm da kommt aufbruch der steht auch dafür dass eine zu enge struktur etwas was einfach zu eng geworden ist ja und wenn sie die luft abgeschnürt hat weil sie angehalten hast was das wieder ablöst so der stillstand ist hier verdoppelt mit dem hängenden unter dem baume da schlief er und baumelte in seinen zweigen und er konnte aber so sein herz im kopf hören und da hängt man ich erinnere euch daran die zahl zwölf steht für die reine wahre und madonnenhafte liebe heute kam die röse ins kollektiv ne ach guck mal wie herrlich die ist die atmet jetzt auch so richtig seit ihr aus ihrem floropka-däumchen rausgekommen ist ne floropka-däumchen das nennt man das überhaupt so keine ahnung aus dem kapdäumchen halt ne so er war hier im stillstand er hat hier geruht er hat den turm gebraucht und jetzt kommt es war aber klar dass ihr euch wieder begegnen werdet weil am ende der reihe jetzt kommt liegt die federstäbe und das ist das willkommen sein so passt auf und mit eurem letzten willkommen sein mit eurer letzten begegnung danach wahrscheinlich ging er in den turm also wir sind an einem punkt eurer geschichte wo ihr euch das letzte mal in die arme geschlossen habt so das ist der moment der geschah bevor dieser mensch sich zurückgezogen hat bevor er sich dazu entschieden hat dass hier gar nichts mehr geht bevor er sich dazu entschieden hat zu schlafen und jetzt kommt aber der turm dieser schlaf ist vorbei und du spiegelst in die begegnung und lebst ja jetzt klingelt es auch noch steht am ende in der tür wartet mal ich komme gleich wieder hallo hallo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schatzi, es ist jetzt alles so mit drauf, wie es ist, gell? Also, das war die Mama und das war die Mama, die hat kurz Autoschlüssel geholt, ne? Also, ihr seid halt Teil meines Lebens, was soll ich sagen? Ihr wisst ja, wie ich bin, ich lege mit euch die Karten live aus meinem Leben und heute ist hier bei mir viel Action, es ist halt einfach so. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt muss ich mich erst mal sammeln, ach genau, passt auf, zurück zu unseren Tarotkarten. Er schaut direkt auf dich. Hier bei euch liegt eine Schwingungserhöhung und eine Wiederbegegnung. Also, es gab hier einen Zeitpunkt, wo ihr euch das letzte Mal in die Arme geschlossen habt, mit der vier der Stäbe. Die finde ich im Übrigen auch in diesem Deck mega. Die ist so schön dargestellt. Und seit dieser Zeit, das war möglicherweise ein Abschied zwischen euch. Vielleicht hat ihn auch eure letzte Begegnung so geflasht, diesen Menschen, dass er upside down war und dann hing er da. Dann hing er. Dann hing er im Baume. Wie Odin im Übrigen, der neun Tage und neun Nächte in Yggdrasil II gebaumelt hat und ist aber so zur Weisheit gekommen. Er hat die Runen, er ist in die Runen eingeweiht worden. Und da war er lange Zeit in seinem Turme und ist dort gereift. Und jetzt wird es aber in dem Turm zu eng. Der Turm konnte auch wie so ein Konkon sein. Oder, um es in unserer Sprache zu sagen, er war im Konkon. Und jetzt wird es zu eng und da steht jetzt auch vor allen Dingen durch das Gericht eine absolute Aufstiegsenergie, eine Transformation an. Zwischen euch ist gerade eine ganz hohe Schwingung und ihr werdet euch wiedersehen. Vor allen Dingen, er will dich wiedersehen. Er ist jetzt bereit, dir wieder zu begegnen. Er war lange Zeit für diese Begegnung nicht bereit. Jetzt ist es soweit. Hei, hei, hei. Es ist soweit. Krass. Schon wieder klingelt es. Also das gibt es doch nicht. Der Krass. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Schatzi, ich weiß nicht, was heute los ist. Hier sind die nächsten Blumen gekommen. Ich bin ja, also nicht nur das, ich musste gerade mich um was kümmern, gell? Ach, ihr Süßen, es tut mir leid. Ich schneide es auch nicht raus, weil es ist, wie es ist. Ihr seid mittendrin in einem bewegten Tag und die nächsten Blumen sind gekommen. Ach Gott, ihr seid so süß, die können ja nur von euch sein. Ihr seid so süß, da gucken wir nachher zusammen rein. So, es klingelt mehrfach, steht jemand vor der Tür. Es ist Zeit für eine Wiederbegegnung. Junge, Junge, Junge. Und wir waren dabei, genau, mit dem schamanischen Traum jetzt noch tiefer zu gehen. Hier gab es einen Abschied. Ihr habt euch hier vielleicht auch länger nicht gesehen, wobei es halt relativ ist. Bei den einen war der Abschied sieben Tage, bei den anderen sieben Monaten. Und wieder andere haben sich vielleicht auch schon ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen oder noch länger. Wie weiß der Geier? Manches weiß einfach nur der Geier. So, aber hier geht etwas weiter, weil ihr denkt hier aneinander. Ihr seid miteinander verbunden und es geht darum, die Armut in die Fülle zu wandeln. Und du triggerst hier mit kleinen Tricks vielleicht dein Gegenüber in die Richtung Süße des Lebens, um zurück zu sein bei den Karten. Da haben wir das Triftboot. Und jetzt kommt es hier. Das Leben nehmen, wie es kommt. Ja, das mache ich auch gerade die ganze Zeit hier beim Kartenlegen. Das Leben nehmen, wie es kommt. Also sowas. Ihr driftet hier aufeinander zu. Wahnsinn. Das Leben nehmen, wie es kommt. Und viel Unvorhergesehenes kann geschehen. Unverhofft steht hier eine Energie vor der Tür. Bringt dich vielleicht von dem ab, was du eigentlich geplant hast. Aber komme, was wolle, wolle, was komme. Also lasst uns das umdrehen. So, jetzt schauen wir erst mal unter die Decks. Jetzt guckt euch das an. Geschenk bekommen unter den Kipperkarten. Der. Vielen Dank für die Blumen. Ich gucke gleich mit euch. Ne, passt auf. Da ist ja gerade ein Geschenk gekommen. Ich mache jetzt mit euch. Ich mache mit euch heute alles. Heute sind wir sowas von drin. So, wo ist mein herriges Messerchen? Das ist das Messer im Übrigen. Das ist das Messer, mit dem ich ein Päckchen aufmache, mit dem ich wichtige, wichtige Dinge erledige. Und jetzt schauen wir mal, unter das Päckchen. Moment, wir wollen mal reingucken. Wir müssen die Blümchen, wir müssen die Blümchen ja rauslassen. Wie war das denn? Ich hatte doch eben schon ein solches. Die sind aber gut verpackt, gell? Du brauchst Hilfe, ja. Hier ist es. Du brauchst Hilfe. Das nehmen wir auch mal so mit. Was glaubst du, brauche ich hier überhaupt nicht mehr so? Ach, hier. Warte. Yes. Ach, ja. Die Blümchen raus. Die ganzen Blumen. Ne, haltet euch fest. Hier, das glaubt mir doch keiner, wenn ihr nicht dabei wärt. Jetzt, jetzt muss ich hier hinten, genau. Hier hinten muss geöffnet werden. So, passt auf. Jetzt haltet euch fest, was da rauskommt. Das gibt's doch gar nicht. Ihr schnallt gleich ab. Ich lasse euch schon mal reingucken. Die gleichen Rosen. Das glaubt mir doch keiner. Hier. Das glaubt mir doch einfach keiner. Wie geil seid ihr denn? Das sind ja nochmal die gleichen. Im exakt gleichen Topf. Das glaubt mir doch keiner. Glaubt mir wirklich keiner. Wir müssen jetzt erstmal da raus. Heute anscheinend ist heute ein sehr besonderer Tag. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Die haben das aber auch. Na gut, es darf ja auch den Blümchen nichts passieren. So, jetzt essen wir hier den Topf als solches. Es muss alles raus. Hier sieht's aus. Eieiei. Ich muss nicht schön sehen würden. Holla die Waldfee. So, jetzt raus. Das Geschenk. Hier. Geschenk. So. Nochmal hier ziehen. Das hab ich ja alles eben schon mal gemacht. Ist ja unfassbar. So. Ihr Schatis, jetzt seid ihr befreit. Und könnt atmen ab ins Töpfchen. Ist ja unfassbar. Ihr müsst das Gesamtergebnis sehen. So. Jetzt. Jetzt. Also. Da haben wir hier die doppelte Überraschung. Im Sinne von doppeltem Glück. Hier. Röschen. Röschen. Guckt euch das an. Es sind zweimal die gleichen Röschen gekommen. Jetzt muss ich direkt mal reingucken. Das ist doppeltes Glück. Weil ich vermute, die haben das doppelt geschickt. Jetzt mal umkreis. Wo ist mein ganzes Pferdchen? Hier. Es ist so. Es kam doppelt an. Es ist so. Blumen sind das Lächeln der Erde, liebe Jonanda. Heute kommt die duftende Wertschätzungs- und Dankbarkeitspost in floraler Form. Hoffe, ich konnte dir eine Freude machen. Herzensgrüße, Franzi. Blumen sind die Kuriere des Herzens. Ja, liebe Franzi. Doppelt. Doppeltes Glück. Für uns. Geschenkt bekommen. Und in dem Moment. Also das ist doch unfassbar. Hei, hei, hei. Also heute ist es uffrechend. Ich bin ganz uffgerecht mit euch. Ja. Das Jahr unter Eurat Aliquando. Oh. Der Page der Stäbe. Hier sind, hier liegt der Funke in der Luft. Die Pagen sind ja Impulse, die Stäbe sind heiß, die stehen für Feuer. Hier liegt der Funke. Der zündende Funke liegt in der Luft. Also das sind Zeichen, deutliche Zeichen, die du hier erhalten wirst. Hier kommt was auf dich zu. Schnall dich an, sonst schnallst du ab. Und dann haben wir hier noch, passt auf, das wird alles abgelöst. Der leere Brunnen, das ist ja die fehlende Gegenseitigkeit. Ich vermute, dass sich hier jemand wieder in deinem Leben zeigt, wo vielleicht nicht mehr klar war, ob ihr euch noch was zu sagen habt. Wo die Gegenseitigkeit verloren ging. Jedoch jetzt darf man sich hier dem Leben stellen und es geht darum, den Schleier zu pflegen. Also hier sind zwei auseinandergegangen. Einst, ja. Es gab hier eine letzte Begegnung. Ich fasse jetzt nochmal die Legung zusammen, damit ihr ein Gesamtbild habt. Es gab hier eine letzte Begegnung zwischen euch beiden. Die war wahrscheinlich sehr, sehr schön. Zu schön. Ein letztes Mal sich in die Arme schließen. Und dann hat der König der Stäbe sich zurückgezogen. Ist in den Stillstand gegangen. Hat den aber gebraucht, um zu wissen, was er überhaupt fühlt. Hat diese Zeit gebraucht, um seinem Herzen die Chance zu geben, über seinen Verstand zu schlagen. Hat dort geruht, geschlafen und sich viel Zeit gelassen. Aber jetzt steht der Durchbruch an. Die Raube ist zum Schmetterling geworden. Der Konkon wird gesprengt. Zwischen euch beiden liegt ein Aufstieg, eine Erlösung. Ihr werdet hier befreit von allem, was euch voneinander getrennt hat. Es zeigt auch, dass du im Moment eine sehr hohe Schwingung hast. Er aber auch. Also die Schwingung zwischen euch beiden ist im Moment sehr, sehr hoch. Derzeit ist das so, hier gibt es Zeichen ohne Ende. Nimm es an, wie es reinkommt. Es kann turbulent sein. Es klingelt, es klingelt. Post, doppelte Post, tralala und hopsasa. Ihr seid mit dabei. Vogelflug vors Fenster, ist wieder abgedüst. Etwas geht gut aus, kann man dazu auch sagen. Also für das Vögelchen ist es auf jeden Fall gut ausgegangen. Es ist so, dass ihr ein Dreieck bildet. Es geht darum, euch Raum zu schenken. Ihr seid miteinander verbunden. Habt lange Zeit die Erfahrung des Entbehrens gemacht. Die Erfahrung der Armut. Das war aber nur Teil eurer Geschichte. Weil es gibt immer auch die Fülle und den Reichtum. Und diese Fülle kommt in diese Beziehung zurück mit Tischlein Deck dich. Es gab hier viele trübe Gedanken, Melancholie. Du hast vielleicht auch oft seine Sequenzen gespürt. Hast gespürt, wie es diesem Menschen geht. Er hat aber auch diese Erfahrung gebraucht. Und auch du hast die Erfahrung gebraucht zu erfahren. Also er hat ja unter Umständen seine Vibes, seine Erfahrungen, seine Gefühle mit dir geteilt. Durch Zeit und Raum. Also durch die Sequenzen, die von ihm kamen. Du hast auch deine Sinne geschärft. Du hast auch vielleicht gelernt, wie es sich anfühlt, eine Seele zu fühlen. Es ist immer einfach, wenn man sich im Weltlichen ständig sieht. Man kann kommunizieren. Man hat sich was zu sagen. Alles läuft. Alles klappt. Sensationell. Alles ist selbstverständlich. Aber wir wachsen in den Zeiten, wo etwas... Das gibt es doch nicht. Schatz, jetzt war es die Nachbarin. Das gibt es doch nicht. Also sowas... Ja, ja, ja. Wer uns nicht kennt... Also alle, die die neu sind, das ist normalerweise hier nicht so. Ich muss mich erst mal richten. Also, was soll ich sagen? Das, was hier geschehen ist, habt ihr gebraucht. Und ihr habt auch in der Zeit ohne einander wahnsinnig viel voneinander gelernt. Das ist eine Erfahrung, die die Seelen brauchen, um daran wachsen zu können. Also diese beiden hier haben sich wirklich viel zu sagen. Die haben sich wirklich viel zu sagen. Und die Geschichte dieser beiden, die geht auf jeden Fall hier gerade in eine neue Zeit. Nimm das Leben, wie es kommt. Ich mache jetzt auch echt einen Punkt, weil es gibt noch Ruhnen. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Die Ruhne, die auf dieser Legung liegt. Das ist diese hier. Die Tiwas, die Wolfsruhne. Hier geht es vorwärts. Hier nimmt etwas Fahrt auf. Das ist nämlich das Triftboot. Hier kommt was auf dich zu. Die Wolfsenergie erfordert auch wirklich Mut, sich den Dingen zu stellen. Nimm das Leben, wie es kommt. Sei so mutig. Da haben wir ja hier auch nochmal den Mut. Mut. Ach, hier steht es ja sogar. Sich dem Leben zu stellen. Die lag ja eben mit drunter. Also stell dich den Dingen. Es geht hier darum, den Schleier zu flicken. Also hier kommt eine Wiederbegegnung. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Das liegt auf der Legung. So, auf dem reichen Mädchen liegt folgende Energie. Du machst dich mal schön locker. So, das mache ich jetzt mal vor. Weil ich sage euch mal was. Im Floor zu bleiben, wenn man ständig unterbrochen wird. Wenn es dreimal klingelt. Wenn es Überraschungen gibt ohne Ende, die ja geil sind. Wenn einem Vogel vor das Fenster fliegt. Die Post kommt doppelt. Es klingelt, klingelt, klingelt. Und dann soll man noch auf Autopilot bleiben. Ich bin ja hier gerade in Turbulenzen zwischen 3D und 5D hin und her gerissen. Also so könnte es euch ergehen. Weil ihr wisst ja, ich stehe fürs Kollektiv. Fliesen lassen. Locker bleiben. Einatmen. Ausatmen. Und die Rune, die auf deinem Gegenüber liegt, ist folgende. Die Geschichte ist doch längst geschrieben. Er muss, er weiß auch längst, wo er hingehört. Der sprechende Hut weiß das alles längst. Er muss es einfach nur aussprechen. Für sich selbst. Sein Herz weiß doch, wo er hingehört. Wo die Süße des Lebens ist. Ja, also hier sind die Würfel schon längst gefallen. Es steht schon fest, wie es weitergeht. Und er darf jetzt hier einfach in der Materie nachziehen. Ihr Süßen, ich mache den Sack zu. Ich mache den Sack zu. Und ich hoffe, ich konnte euch bereichern mit dieser chaotischen Kartenlegung. Ja, lasst mir liebend gerne, lasst mir liebend gerne ein Like, einen lieben Kommentar oder ein Abo da. Ihr wisst, ich bin, wie ich bin. Hier ist es, wie es ist. Ihr seid mittendrin in meinem Leben. Herzlich willkommen. Die Show wird weiter. Gehen auf Wiedersehen. Ich melde mich heute nochmal. Nee, vielmehr, ich habe mich nochmal gemeldet. Weil das ist der zweite Streich.